In dieser Folge wollen wir ein bisschen über Bücher sprechen, ob man jedes Buch zu Ende lesen muss, aber auch um die Frage, ob man alles gut finden muss, was man denn so liest. Und ich meine, um das davor wegzunehmen, ich glaube, man sollte nicht alles gut finden, was man so liest. Aber das konkrete Beispiel ist ein Buch, was ich in einem Podcast als Empfehlung bekommen hört. Ja, ist ein super Buch, sollte man gelesen haben. Und dann, der Titel war recht interessant, die 48 Gesetze der Macht. Und dann habe ich mir gedacht, naja, das sollte man doch mal reinhören, das klingt ja nicht uninteressant. Habe dann das Audiobuch begonnen und dann ist es losgegangen, dass ich mir beim Hören alle Augenblicke gedacht habe, na puh, also da zwickt es mich aber ganz schön irgendwie so auf einer Werteebene. Und ich muss gestehen, ich bin jetzt nicht weitergekommen als zum dritten Kapitel. Glaube auch nicht, dass ich sonderlich viel weiter lesen oder hören noch möchte. Dann habe ich dir davon erzählt, du hast gesagt, ja, das wird auch in manchen Circles erwähnt und durchaus angesprochen. Bist schon gespannt, möchte es vielleicht auch reinhören. Und dann habe ich dir noch ein paar Überschriften so rüber geschoben, was er so erzählt und behauptet. Und ich glaube, du warst dann ähnlich entsetzt, wie ich, soweit ich das verstanden habe. Genau. Also die Grundidee ist, dass es vielleicht etwas moralisch fragwürdig ist, was an Aussagen drin sind oder was da vielleicht irgendwie propagiert wird, wonach man irgendwie handeln sollte. Und das Buch an sich oder der Autor selbst, der wird ja tatsächlich, also ist ja ein Bestselling-Autor. Klar, er hat mehrere Bücher geschrieben. Ich glaube, das war sogar sein erstes. Und wie du es schon gesagt hast, ja, also nicht nur, dass auf Amazon und auf diversen Review-Plattformen da ganz viele Sterne immer dahinter stehen, dass das ein wirklich tolles Buch ist und dass das alle gelesen haben sollten. Interessant ist dann natürlich auch, vielleicht auf Wikipedia kurz den Überblick zu bekommen, wo das natürlich auch gesagt wird, dass es bei Celebrities ganz gut ankommt und dass da ganz viele eben berühmte Menschen oder vielleicht auch Executives und eben vielleicht auf dieser Leadership-Ebene Menschen das oft nutzen oder Dinge daraus nutzen. Und da war halt die Überlegung, wie das denn möglich ist, wenn man jetzt von Leadership spricht und halt von vielleicht anderen Büchern, die halt sehr allgemein gut formulierte Leadership-Prinzipien zum Beispiel haben oder zumindest Dinge haben, durch die man sein eigenes Führungsverständnis besser entwickeln kann, wieso denn auch so ein Buch tatsächlich hergenommen wird. Und da kann man ja in ganz unterschiedliche Richtungen gehen. Ich meine, du kannst vielleicht diese ersten drei Kapitel kurz zumindest die Überschriften sagen, weil ich glaube, da bekommt man schon ein ganz gutes Gefühl dann dafür, wo da zumindest für uns so die Probleme drin waren, wo man sich dann überlegen muss, ob man das weiterlesen möchte, beziehungsweise ob man das denn weiterempfehlen möchte, vor allem für die Praxis, glaube ich, das ist so die Frage. Ja, unbedingt. Und ich meine, ich wollte da ganz kurz nochmal festhalten für neue Leute vielleicht, die uns noch nicht so gut kennen. Ich meine, das, was wir verfolgen und was für uns ein Führungsverständnis entspricht, ist halt viel, da geht es um Ehrlichkeit, da geht es um Authentizität, da geht es um sich dem Team verantwortlich gegenüber zeigen und auch der Organisation natürlich im weitesten Sinne. Und Empathie ist ja auch ein großer Punkt. Also das darf man nicht vergessen. Das gehört ja zur Führung dazu, dass man empathisch mit dem gesamten Team ist, mit den individuellen Menschen, mit den Lebensumständen der einzelnen Menschen, genauso wie mit seinem eigenen Arbeits- und quasi Privatleben. Also das ist ja auch bei uns immer ein großer Faktor. Genau. Und dann beginnt ja das Buch. Und ich finde, das erste Kapitel, das war noch durchaus, da hat es mich noch nicht so gerissen. Das heißt, also ich probiere das immer auf Deutschland zu übersetzen, never outshine the master. Also sei deinem Chef gegenüber oder eben deinem Lehrer gegenüber quasi für eine gewisse Art und Weise unterwürfig und schauen, dass du sein Ego nicht zu sehr belastest. Ich glaube, da kann man noch durchaus ein bisschen was mitnehmen daraus, weil es halt natürlich, klar, wenn du bei dem Unsicherheit auslöst, gibt es einfach die Gefahr, dass du zermalmt wirst und wenn man das jetzt so brachialisch ausdrücken möchtest. Das Zweite, da hat es mich dann schon ein bisschen mehr irritiert, never put too much trust in friends, learn how to use your enemies. Also auf gut Deutsch, er sagt, du sollst deinen Freunden nicht zu sehr vertrauen. Und da ging es dann schon ein bisschen los. Er hat dann immer so nette Anekdoten aus der Historie, wo irgendein König, irgendwer, seinem Freund, irgendwer, der ihm das Leben gerettet hat oder umgekehrt, zu sehr vertraut hat, der dann irgendwie der Chef der Armee wurde und ihn dann am Ende des Tages in den Kerker geworfen hat und selber quasi König wurde. Und aus dieser schönen Anekdote heraus leitet er dann ab, dass man all seinen Freunden, vielleicht übertreibe ich jetzt ein bisschen, aber Single-Mess nicht vertrauen soll, weil sie könnten sich ja umdrehen und einen selber quasi niederstechen. Ja, da war schon, wo ich mal angefangen habe, zum Okay. Drittes Law war dann Conceal your intentions. Also streue quasi überall Nebelgranaten, damit keiner weiß, was du eigentlich vorhast. Bin ich auch als Führungsstil sehr interessante Idee. Ich meine, die Frage ist, ob das immer nach außen geht oder zum eigenen Team, aber weiß man ja nicht. Wenn die eigenen Leute man denen auch nicht vertrauen kann, dann müsste man ja eigentlich auch gegen die Nebelgranaten werfen. Und ja, also da allein bei diesen drei hat es mich schon massiv aufgestellt. Und ich meine, ich möchte auch ein bisschen ein allgemeines Thema einbringen. Es gibt immer wieder die Diskussion, soll man Bücher zu Ende lesen oder nicht? Also hat man sozusagen eine geradezu moralische Verpflichtung, ein Buch zu Ende zu lesen? Und da gibt es sehr viele, und ich bin eigentlich auch mittlerweile dieser Meinung, die sagen, nein, überhaupt nicht. Also wenn du der Meinung bist, das zahlt sich nicht aus oder da sind Gedanken drinnen, die dich total triggern. Und ich meine, auch dann natürlich sollte man darüber nachdenken, warum triggert einem das und so. Das sehe ich alles ein. Aber gerade wenn es so, also da geht es wirklich derb moralisch gegen so viele Ideen, die ich vertrete, dass ich einfach dann irgendwann zur Frage komme, möchte ich mir das eigentlich antun oder warum sollte ich mir das antun? Und vor allem die Frage ist, ob das dann jemals besser wird, wenn es schon am Anfang, ja man vielleicht moralisch damit nicht so gut zurechtkommt, dass man sich dann denkt, ja, dann kämpfe ich mich noch durch, weil vielleicht Kapitel 10 bis 12 wird dann wieder besser. Ist halt die Frage, ob das wert ist. Und ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das, ich glaube der Ryan Holiday hat das auch mal in seinen ganzen Lese-Fokus-Diskussionen oder, ja, seinen Videos oder wie auch immer gesagt, dass es, es ist gut, dass man sich eine bestimmte Regel einfach selber setzt für, wie lang man ein Buch liest. Und ich müsste noch einmal genauer nachlesen, aber vielleicht sowas wie 100 minus das Lebensalter und wenn es bis zu den Seiten quasi nicht einen so greift, dann soll man das Buch einfach weglegen, weil eben das macht ja, macht einfach keinen Sinn, sich da weiter damit zu beschäftigen, wenn es offensichtlich Probleme bereitet und man sich eben die Frage stellen muss, ob man dort überhaupt noch was rausholen kann. Also, weil es nur Hausnummer ist, die Regel kann natürlich auch ganz anders sein und das muss man sowieso für sich selber herausfinden, ab wann man aufhört etwas zu lesen. Und grundsätzlich würde ich auch sagen, dass es, natürlich muss man nicht alles fertig lesen. Bei solchen Sachen ist, glaube ich, der Punkt, den du kurz angesprochen hast, viel wichtiger, nämlich, man muss nicht, also erstens, man muss es nicht fertig lesen und zweitens ist dann der viel, viel wichtigere Schritt, dass man überlegt, wieso einen das gestört hat. Also, da ist ja dann, da holt man viel mehr raus für die eigene Entwicklung, als dass man sich durch so ein schwieriges Buch weiterkämpft, wo vielleicht noch irgendwelche Gems drin sind, aus denen man doch was lernen kann. Also, da kann man definitiv viel mehr rausholen, wenn man nach diesen drei Kapiteln tatsächlich stoppt oder halt zurückgeht und sich überlegt, wieso stören mich denn welche Punkte genau bei diesen drei Kapiteln. Und dann kann ich mich auf das nächste Buch konzentrieren und muss nicht da nochmal weiter Zeit reinstecken. Ja, ich finde, du hast das gut ausgeführt, weil ich spüre auch oft dieses Verlangen, ein Buch fertig zu lesen. Und ich meine, ich lese es meistens fertig, weil ich halt oft finde, ja, es kommt eben genau das, was du mit Jam bezeichnet hast, also noch ein Happen an Wissen sozusagen, kommt oft raus noch, wenn man einfach hinten nach noch irgendwo und manchmal plätschert es dahin und dann auf einmal kommen drei Seiten, die total bereichernd sind oder so. Also, da merke ich oft, wie es mich selber hin und her reißt. Aber ich glaube, in diesem Fall würde ich das stark abbrechen. Ich habe mir gedacht, schau mal einfach noch ein paar andere Überschriften an, die da so sind. Und du hast dann ein paar schöne Anekdoten, die teilweise von Wikipedia sind, aber auch andere Kritiken, wo schön gezeigt wird, dass wir nicht die Einzigen sind, die nicht vier Komma, weiß ich nicht, sechs Sterne vergeben würden. Gibt es ein paar, die noch halbwegs sinnvoll sind? Das finde ich ganz okay. Und dann, da finde ich ein ganz besonders Schönes, get others to do the work for you, but always take the credit. Also lass andere für dich arbeiten, aber schau, dass du selber dafür den Bonus sozusagen bekommst. Das hilft sicher immer gut bei den Leuten. Und es gibt auch ein paar Kapitel, die mich schon durchaus noch neugierig machen würden. Vielleicht schaue ich da nochmal gut rein. Er sagt, win through your actions, never through argument. Und das ist natürlich vielleicht gar nicht so schlecht. Ich würde es jetzt übersetzen als, dass du nicht nur rein sprachlich das gewinnen sollst, sondern schon durch deine Aktionen und so. Ja, da gibt es verschiedenste. Use selective honesty and generosity to disarm your victim. Also du sollst nur sehr selektive Wahrheiten benutzen, um deine Opfer zu entwaffnen, was sehr schön ist. Schwierige Begriffe in sämtlichen Überschriften, die es da so gibt. Ich meine, das kann ich vielleicht gleich nutzen, so die Kritiken an sich, die vielleicht auch die Richtung dieses Buches dann deutlich machen, sind teilweise die Kommentare, dass es halt vor allem natürlich bei irgendwie Hollywood Stars und bei Gefängnis in Sarsen irgendwie beliebt ist das Buch. Oder dass es halt teilweise, wie du es schon jetzt in diesem einen Beispiel gesagt hast, teilweise ist es halt sehr selektiv mit einzelnen historischen Geschehnissen umgegangen worden, aus denen halt natürlich ein größeres Narrativ dann gebaut wurde und auf dem seine Argumente basieren. Also da gibt es nicht irgendwie viele Argumente, die jetzt auf tatsächlicher Soziologie oder psychologischer Forschung beruhen, sondern das sind halt dann irgendwie so aus der Geschichte heraus entstandene Argumente sozusagen. Und da waren ja teilweise auch sehr viele Kritiken, wie wir kurz reingeschaut haben auf Amazon natürlich, wo es ganz, ganz viele Sterne hat, wo sehr interessante Sachen natürlich drin stehen, die, wie das jetzt bei den Überschriften so ein bisschen rübergekommen ist, also das ist halt für Menschen geeignet, die vielleicht sowieso schon eher in einer etwas paranoiden Welt leben. Also das ist aus den Überschriften perfekt rausgekommen, nämlich vertraue bloß niemandem, nicht mal deine Freunde sind wichtig genug, um ihnen zu vertrauen, du musst andere immer als Opfer sehen, es geht immer nur um das Ausspielen der Leverage von deiner Position gegenüber Menschen, die in einer schlechteren Position sind und darauf quasi dann deine ganze Arbeit oder dein Weltbild aufzubauen. Und das finde ich halt gerade in so Führungspositionen, wie du es am Anfang auch gesagt hast, finde ich halt du es sehr problematisch und sehr schwierig, so ein Führungsverständnis zu entwickeln, weil es nämlich, wie wir es immer sagen, es geht um genau das 180 Grad, das Umgekehrte von dem, nämlich man muss Menschen Vertrauen geben, Menschen müssen in einen Vertrauen bekommen als Führungskraft, also das Team muss der Führungskraft vertrauen können, es muss so eine Transparenz und Offenheit in der Kommunikation da sein, dass ich auch mit Problemen jemandem helfen kann aus meinem Team. Und als Führungskraft stehe ich immer hinten und pushe mein Team. Und wie du es auch immer gerne sagst, man muss Hindernisse aus dem Weg räumen als Führungskraft. Und selbst den Credit, wo ich noch sage, das ist der einzige schwierige Punkt, den man wahrscheinlich als Führungskraft diskutieren muss oder verstehen muss, wie man mit Credit umgeht, weil man gleichzeitig durch diese Führungsposition natürlich die volle Verantwortung für Fehler übernimmt, muss, muss man. Und dann ist natürlich die Frage, wie geht man halt mit Erfolg um? Und das ist der einzige, finde ich, eine Stellschaube, wo man vermutlich noch diskutieren kann, eventuell das Buch sogar hernehmen kann. Ich weiß nicht, was dann in dem Kapitel genau drinsteht, aber der Rest sind halt tatsächlich Umgänge, die einen, und da gab es ein paar sehr nett geschriebene Rezensionen auch dazu, dass das halt letztendlich zu einem, ja, zu einem, zu einer Backstabbing, also einer hinterrücks funktionierenden Gesellschaft oder oder Team führt, wenn du diese diese Gesetze tatsächlich so umsetzt, dann führt das halt zu einer, ja, ich will nicht sagen Anarchie, aber halt zu einem sehr unschönen Ende gesellschaftlich oder halt als zwischenmenschlich. Zwischenmenschlich ist das halt eine eine Slippery Slope oder halt so ein Teufelskreis, in dem man sich dann freiwillig hinein begibt und ja, genau. Ja, voll, also weil, wo soll das hinführen, das ist ja ein bisschen die Frage und ich habe auch da noch einen Gedanken dazu gehabt, ob es vielleicht, so wie du es gerade beschrieben hast, dieses dieses in die Irre leiten und dieses Nichtvertrauen, ob das vielleicht möglich wäre, dass man sagt, in den Wettbewerb setzt man diese Regeln sozusagen, also du sagst nach außen hin, da wirfst du ein paar Nebelgranaten und das unklar ist, was deine Strategie der Firma ist, etc. und nach innen hin bist du dann halt irgendwie das, was wir verkörpern und ich glaube, dass das funktioniert aber nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert, dass du, dass du in deiner Kommunikation so zwiegespalten bist und vor allem wie soll das auch funktionieren, jetzt machst du, weiß nicht, dein Shareholder-Meeting und da redest du so, 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 so und dann drehst du dich um zu deinem eigenen Team und bist auf einmal total offen und hin und her. Das ist auch schon öfters diskutiert worden im Locker-Room-Talk, jetzt beim, wenn wir wieder zum Sport zurückkommen, mit der Frage, wie soll man gegenüber den Medien und dem eigenen Team umgehen? Kann man sich quasi in die Medien hinstellen und dieses und jenes behaupten und sich dann umdrehen und im Team-Meeting behaupten, alles ist ganz anders? Und glaubt man dann, dass die Spieler jetzt in dem Fall, aber auch was den Mitarbeitern entspricht, dass die eben nicht die Medien verfolgen oder nicht mitbekommen, was dort gesagt wird und dann, also das wird ja total komisch, weil du konterkarierst ja deine eigene Position, wie willst du jemals glaubwürdig sein? Also ich glaube, auch dieser Mittelweg kann nicht zum Ziel führen. Ja, für mich ist da wieder dieser Vertrauenspunkt halt der allerwichtigste, den wir halt versuchen, so oft wie möglich zu bringen, nämlich anhand des Beispieles, wer soll denn Vertrauen in dich haben, wenn du so kommunizierst? Also sobald das rauskommt und das ist eben eine Gardwanderung, die, weiß ich nicht, ob die es wert ist, tatsächlich einzugehen. Vor allem, also wenn man das Beispiel konkret hernimmt, ist ja jetzt für Shareholder, ist es ja vielleicht noch ein kleineres Problem sozusagen, weil dort kannst du halt dann quasi nicht mehr der Shareholder sein. Wenn es rauskommen sollte, dass du den Shareholdern sagst, ja, ja, das ist unsere Strategie und gleichzeitig kommt aber raus, deine Strategie war eine komplett gegengesetzt und dann kannst du noch immer dich irgendwie zurückziehen. Aber wenn man das jetzt von der Team-Seite denkt, als Team siehst du ja beide Seiten, das ist ja das Schlimme, also du siehst ja, was du kommunizierst nach außen und du siehst auch, was dann die Führungskraft zu dir als Team kommuniziert. Und dann muss mir mal jemand erklären, wie man denn da Vertrauen aufbauen sollte, wenn deine Führungskraft nach außen in das kommuniziert, sich umdreht und sagt, ja, aber übrigens, wir machen die Strategie. Dann bin ich als Team-Mitglied, frage ich mich, und ist das jetzt wirklich die Strategie? Weil wenn du jetzt schon diesen einen Turn gemacht hast, woher soll ich wissen, ob du nicht noch einen Turn machst und zu deinem Management-Team wieder hingehst und sagst, ja, übrigens, ich habe jetzt den Shareholdern habe ich A gesagt, meinem Team habe ich B gesagt, aber natürlich verfolgen wir C, weil das wollt ihr. Also das ist ja absolut verrückt, mit so einem Konzept reinzugehen. Und über das Sportbeispiel haben wir auch schon, ich weiß gar nicht, vielleicht im Sommer letztes Jahr irgendwie schon gesprochen, wo es genau darum ging, du kannst dich nicht als irgendwie Cheftrainer hinstellen und eine unterschiedliche Kommunikation haben. Also das ist auch wieder, da fehlt dir jeglicher Weltblick, wie du schon gesagt hast, die Spieler bekommen ja beides mit. Also die schauen ja die Medien, die wissen ja, was du gesagt hast. Und dann, wie willst du denn dein Team tatsächlich im Griff haben, wenn du so unterschiedlich kommunizierst? Also das ist einfach so ein, finde ich, absolut verrücktes Konzept, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass man aus dieser Überschrift mit Nebelgranaten hier und ausgewählte Ehrlichkeit an bestimmten Stellen, wie das jemals zum Erfolg führen kann. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich glaube, das ist ein guter Punkt jetzt am Schluss. Also ich glaube, man kann diese Ideen, sowohl die einen als auch sozusagen unsere, kann man doch fast ein bisschen aus First Principles ableiten. Eben genau mit dem, was du jetzt gesagt hast. Also wie soll das funktionieren, zu sagen, drei Wahrheiten zu verbreiten innerhalb von einem Tag und wie soll das jemals? Ich meine, mir ist schon klar, es gibt sicher genug Beispiele und Anekdoten, wo das super funktioniert hat. Ja, bin ich überzeugt davon, einfach mit total übercharismatischen Persönlichkeiten, die wir alle kennen, sei es jetzt Mask oder wer auch immer, Steve Jobs, gibt sicher genug Beispiele, aber für den normalen Hausgebrauch unter Anführungszeichen, ja, weiß ich einfach nicht, wie das funktionieren soll. Und ja, ich würde es eben nochmal auf First Principles zurückleiten, dass das am Ende des Tages kann das nicht funktionieren, A zu sagen, B zu tun und dann C seinen Feinden oder Freunden oder umgekehrt mit auf den Weg zu geben. Vielleicht runden wir es ab mit noch ein, zwei Überschriften, die ich gefunden habe, die es irgendwie vielleicht nach unserem Punkt ein bisschen verstärken. Das vierzehnte Gesetz wäre dann Pose as a Friend, Work as a Spy. Also präsentier dich freundlich und sei aber ein weiterer Spion. Und das fünfzehnte Law, Crush your enemy totally. Ja. Ja, also was vielleicht auch noch da zu erwähnen ist, ist eben die, die, das, das Verständnis über wie die Menschheit funktioniert. Also da, das, das, den Punkt räume ich noch ein, dass das natürlich, es gibt auch schlechte Menschen da draußen. Das ist klar. Und das haben natürlich auch einige Rezensionen beschrieben. So, ah, das hat mir die Augen geöffnet. Jetzt weiß ich, wie das alles funktioniert. Das ist absolut richtig, ja, dass, das, den Punkt gebe ich tatsächlich dem, dem Buch. Aber daraus dann nicht eine, würde ich sagen, eine Lektion zu machen und zu sagen, hey, es gibt schlechte Menschen, sei ein guter Mensch. Und dann darüber ein Buch zu schreiben, das finde ich dann wieder, wieder fragwürdig, weil, also klar, man kann wieder darüber streiten, ob man diese Sachen tatsächlich in die Praxis umsetzen kann. Und wieder der Punkt, dass das halt von Gefängnisinsassen und irgendwelchen Celebrities zumeist populär gemacht wurde, sagt, glaube ich, schon einiges, in welcher menschlichen oder gesellschaftlichen Schicht diese Dinge tatsächlich dann genutzt werden. Aber ich würde dann argumentieren, das ist genau die Schicht, wo man nicht hinwollen würde, sondern man muss quasi dieses Verständnis für bestimmte Probleme haben. Aber worüber wir auch reden, ja, man muss halt eher versuchen, ein guter Mensch zu sein. Also es ist, das ist die Grundlage dann von allem. Und das ist auch ein bisschen so ein Führungsverständnis, dass ich will ja nicht irgendwie mit allen Mitteln gewinnen, sondern hinter allen Gewinnen und jedem Team stehen halt Menschen. Also das ist, bin ich als Mensch Führungskraft und meine Teammitglieder sind auch Menschen. Und irgendwie muss ich eine Ebene finden, wo ich beides vereinbaren kann. Dass ich sage, klar, wir wollen Erfolg haben, aber gleichzeitig nicht mein Team in den Burnout führen zum Beispiel. Und das kann ich halt nur, indem ich da ein bisschen empathisch auch umgehe mit der Arbeit und den Arbeitsprozessen. Also das ist dann, ja, schwierig. Ja, ich glaube, du hast jetzt eh so implizit ein bisschen gesagt, ich glaube, Menschen, die das an sich empfinden oder die so agieren wollen, da solltest du sehr vorsichtig sein und also schauen, dass sie nie irgendwie in dein Team kommen oder oder wenn du merkst, also überhaupt vielleicht aus der Organisation heraus, also glaube ich, ganz schwer, wenn, meine Beispiele, wenn du riesigen Organisationen hast, dann hast du per Definition immer natürlich Leute, die, also wir wissen ja, dass, glaube ich, jeder 40. ein Psychopath ist, so sinngemäß. Klar, wenn du da irgendwie 5000 Leute in deiner Organisation hast, dann kannst du einfach davon ausgehen, dass du da ein paar Psychopathen hast. Aber gehen wir mal halt vom kleineren Maßstab deines Teams, deines Bereichs, deiner Abteilung aus, ja, schau, dass du solche Leute draußen hältst, weil es wird einfach am Ende des Tages deinem Teamgeist, deinem Gefüge, deiner Produktivität einfach nur abträglich sein, wenn das halt so läuft, wie es dann vermutlich laufen wird. Ja, also wie gesagt, ich glaube, dass die Zusammenfassung oder der Takeaway ist einfach, man muss wie auch alle anderen Dinge mit dieser, um diesen schönen Bogen zu schließen zu den richtigen Führungsprinzipien, wie das Jock auch immer sagt, man muss diesen Schritt zurücknehmen und das Ganze erstmal aus der Distanz betrachten und das gilt bei diesen Regeln auch. Also ich kann jetzt nicht rausgehen und sofort zu 100% aller Regeln versuchen umzusetzen, sondern, wie du es auch gesagt hast, erstmal, wenn wir drei Regeln schon ein bisschen Bauchschmerzen bereiten, dann nehme ich dort mal den Schritt zurück, überlege, was denn da drin gestanden ist, wieso stört mich das, hat das mit meinen Prinzipien zu tun, hat das mit meinem moralischen Blick zu tun, mit meinem Führungsverständnis und dann kann ich weiterarbeiten und dann kann ich da auch quasi den Blick dafür schärfen, was denn gut oder was, also gut und schlecht sind jetzt keine schönen Begriffe, aber ich kann zumindest mehr in die empathische Praxis gehen, wenn man das so will. Ja, vollkommen richtig und ich glaube, dabei lassen wir es jetzt, weil genau das ist der Punkt, ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.